Herzlich Willkommen zum Let's Play von Sleeping Dogs. Ich habe das Spiel auf der Gamescom angespielt, es war sehr sehr geil und deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt davon ein Let's Play zu machen. Wir starten ein neues Spiel. Äh, ja, wir wollen das alte überschreiben. Mein Test spielt Stand, um zu gucken, wie das Spiel läuft. Hab 5 Minuten gezockt, hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht und ich hoffe mal, die restlichen Stunden werden genauso geil. Und damit geht's los. Viel Spaß! Ich habe das. Ah, hier ist ein Einzelnen. Ihr目標 ist es. Ich habe das. Ihr habt ihr habt. Ihr habt ihr habt. Ich habe das Geld. Warum ist das so großartig? Ich habe das. Ihr habt ihr habt. Ihr habt ihr habt ihr habt. Ich habe das. Okay, die Einzelnen. Ich habe das. Ihr habt ihr euch mit dem Schengen. Das ist gut. Er ist early. Ich bin gar nicht blind. Relax, old boy. Wir sind auf der gleichen Seite, remember? Ich bin ziemlich schwer. Hey, haben wir die Geld? Ja, haben wir die Geld? Hey, in der Mitte. Was? Wir haben einen Motorgericht. Wir sind nach unten gekommen. Wir holen Sie ihn. Es ist nicht möglich. Wir sind zu weit entfernt. Ich bin gar nicht. Ich kann dir drei, vier Geheben. Wenn du willst. Was? Was mein Geld nicht gut genug ist? Was ist das passiert? Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Hör auf. Hör auf. Komm, komm, mein Freund. Du bist verrückt. Nein. Vielleicht können wir ein bisschen rauskuchen. Du hast mich. Du wissen, ich bin jemanden. Du musst dich wegnehmen. Komm, komm. Ach... Schrauben Sie bitte. Mach es nicht, Mann. Mach es nicht weg. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Seht ihr? Ich mag das Spiel jetzt schon! Ab da hoch! Okay, das klingt nicht gut! Da sind die Cops, da gehen wir am besten nicht hin! Alter, ist der schnell da vorne! Hoffentlich kommen wir noch hinterher! Vorsicht! Okay, wo ist er? Da hinten! Nicht aus den Augen verlieren! Alter, geht weg! Ich hab Wichtiges zu erledigen! Ich hab doch erstmal alles kaputt! Sauber! Oh fuck! Hopps! Ja! Das war knapp! Ja, geil! Das war so überhaupt nicht geplant! Oh oh, das sieht aus wie... Schnell weg! Ganz schnell weg! Oh oh! Mein Kollege haben sie, das ist jetzt überhaupt nicht geil! Alter, halt dich fest! Okay, durch da! Hi, ich bin nur zu Besuch! Ich bin auf Durchreise! Hm... Zack! Oh, scheiße! Geht! Schnell weg! Sie sind schon zu verabschied! Sie sind schon zu verabschied! Schnell weg! Wir müssen jetzt um den Verabschieden! Komm, wir können etwas ausprobieren, richtig? Ich bin nur zu Hause. Wir müssen in den Begriffen, wundernig! Ich bin nicht sicher, dass du nicht zu sagen darfst. Ich bin nicht immer, dass du sagen darfst. Aber du sagen darfst, vielleicht wird mit dem Zitzen geben und die Zitzen geben sein, und die Zitzen geben. Du wirst du wissen? Moment. Moment. Es ist Jackie aus All Prosperity, Mann. Oh, Jette! Jackie Mann. Es ist die. Ich kann soeben nicht glauben. Was hast du hier in der Lage gemacht? Wait, man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years will do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? It was mutual. It's time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from old prosperity, it happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole and the sun on ye. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole and the sun on ye. Shit, Doll Guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, Doll Guys is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Doll Guys hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Doll Guys with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man. Wei fucking Shen. In the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. You'll just be like old times. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang- Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Pulls. The lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Wei, good luck out there. Respectfully, sir. Are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes. And an astonishing number of convictions. He obviously blames it twice for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond. Wei Shen is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. I guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. So Winston's a red pole now? All this territory is Winston's. The dog eyes are pushing in. If they're both red poles, shouldn't they be on the same side? Should be. The dog eyes always was an asshole. Turns out, he's a greedy asshole too. Yeah. One thing. When we get to Winston's, let me do the introductions. They're really distrustful of new faces right now. It's wild paranoia. Sun on Ye had a rat. From what I hear, they didn't let him have a quick death. It made it real slow and painful. Come on, I want to win. Hey, Jiu May, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. You're a idiot. I'm going to take you. Give him a note. You're going to take him. You're going to take him. I'm going to call the cops. You're going to call the cops. You're going to call the cops. You're going to call the cops. Hey, you're going to call the cops. Stop it. Stop it. I don't care who you are. Let's go, Jackie. Stop it. Watch. Komm, zweimal links und einmal gedrückt halten. Sehr gut. Zack. Ah, ist das schön. Zap, 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 zap. Und... Ah, fuck. Hahaha, so ist das doch gut. Hör auf mich rumzuschubsen, du Sack. Jetzt fall um. Geht doch. Wie sie mich immer rumschubsen, anstatt mich zu schlagen. Ist ja nett. Pats, jawoll. So muss das sein. Wer will nochmal, wer hat nochmal... Ach, du willst immer noch einen auf den Sack. So. Ach, die nächsten direkt. Ach, die Nächsten direkt. Ja, okay, komm die fuck auf. Hahaha. Das wird ein Spaß. Na, wer will. Drücken sie F, um einen Block den Gegner zu packen. Okay, dann kommen wir den schlagen. Und werfen. Das merke ich mir. Zap. Oh, ist doch nicht geworfen. Ah, okay, so kann ich ihn hinschmeißen. Gib mal her. Zack. Hahaha. So gefällt mir das. Ja, die haben echt keinen Bock auf mich. Und... Direkt der Nächste. Pan. Ah, so ist das doch gut. So muss das sein. Komm, leg dich hin. Komm, drauf treten. Man darf zwar nicht auf Menschen treten, die auf den Boden liegen, aber ich mach hier mal grad ne Ausnahme. So. Den hau ich jetzt ja auch nochmal gegen den Schrank. Niam. Du. Gegen den Schrank. Zack. In die Blumenbasen. Nice. So. Ach, du willst auch noch einen auf den Sack? Ja, dann machen wir es doch ganz einfach mit dir. Du stehst nicht mehr auf. Ja. 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 Ich bin okay. Bunch of fucking assholes. So... Everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Pool! Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck. We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us. He's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Why do I don't remember you? I've been on vacation. Young Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie bug, eh? No, 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 no. You should have seen it, Winston. Why didn't he just beat up, like, ten of dog-eyes guys in the market by himself? Hey, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. What do you mean, huh? Winston, I don't like this cocky little fucker.